Das macht Spaß, nicht nur zu forschen, sondern auch irgendwas zu hinterlassen. Dass man in den Gastländern halt nicht nur arbeitet, fachlich arbeitet, was ja mehr, sagen wir mal, für die westliche Welt von Interesse ist. Wie ist der Klimawandel erfolgt? Wie war die Besiedlungsgeschichte in diesen Gebieten? Welche letzten Pflanzen und Tiere gibt es noch? Sondern, dass man eben wirklich halt was hinterlässt, außer wissenschaftlichen Fachpublikationen. Deswegen habe ich eben von Anfang an versucht, die Ergebnisse möglichst in der Öffentlichkeit zu vermitteln, in über 250 Vorträgen und über Magazine und Fernsehbeiträge und so weiter.